Der Lukas Kassner. Hi. Servus. Ja, der ist jetzt mein Gast bei meinem Jahreskalender und er ist wirklich ein super, super Bläser und hat ein Herz, ein Musikantenherz, 120 Prozent. Da könnt ihr euch jetzt gleich davon überzeugen. Und wir wollen jetzt mal was Tschechisches für euch spielen. Unter den Nussbäumen. Das war damals zu meiner Jugendzeit der Knaller. Und jetzt haben wir ein kleines Mettle für euch zusammengestellt. Die besten Stellen für die Bläser. Und seid mal gespannt, was der Lukas noch alles für Talente mitbringt. Und jetzt haben wir ein kleines Mettle für euch. Und jetzt haben wir ein kleines Mettle für euch. In diesem Monat, Lukas, herzlichen Dank. Dankeschön. Und ja, nächsten Monat geht es weiter. Könnt gespannt sein. Und ich glaube, den tollen Schluss, den hören wir uns nochmal an, oder? Auf jeden Fall. Na gut. Bis dann. Ja!